ja leute willkommen zurück zu fifa 17 in der letzten folge gab es denke ich mal ein 0 0 der besseren sorte es gab wirklich chancen auf beiden seiten und jeder hätte die chance gehabt zu gewinnen aber die torhüter waren wohl in einem ausnahmezustand mal sehen wie es jetzt weiter geht hier habe auf jeden fall bock hat es schon richtig spaß gemacht im ersten spiel und bevor sie losgeht werden erst mal ein paar grüße an den flogen übergeschickt ja moin ja danke danke sind angekommen und jetzt der anstoß hier in london stecken die ablägsten spieler dann floh mal heimrecht in der allianz arena hat einer immer mal zwei heimspieler eine h3 haben spiele also maximal wenn es für spiele geht jetzt auch mit anderen trikots vielleicht bringen die ja ein bisschen mehr glück das wird die gute mal treffen heute da war eine verweis zur rechte angriffsseite des fc bayern münchen vorzufinden angelotti topz angelotti topz ja normalerweise ist es kommen seinen seiten in seinem platz ein gebiet das macht der da Nein, nein, nein. Oh, wichtige Abwehraktion hier. Kann auch schön beim eigenen Tor enden. Oh, nein. Das war wohl ein Abwehrspieler. Die Ecken kommen im Moment eigentlich ganz gut rein, aber die Abschlüsse passen noch nicht. Kann man auch dran arbeiten. So ist es. Der Torhüter macht aber auch keine Anstalten mal rauszukommen ein paar Meter. Dann steh auf, Mann. Okay. Bleib liegen in der Hoffnung, dass es einen Freistoß gibt. Das ist ein Freistoß. Oh, das war man so des Freistoß. Also sind wir die Leute hier. Nein, nicht so. Das ist ein Freistoß. Oh, das ist ein Freistoß. Der Techniker schlechthin. Keine Chance. Muaach. Lolo. Fahle ich da auf der Linie ab, so weg. Danke. Musst du weinen. Schön. Ja. Schlecht. 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 Oh mein Gott. Schlecht. Komm schnell ausführen da. Und da kein Hackmaker. Ja, haben wir alle wieder sortiert. Schlecht. Nein. Kein Ball, das würde ich gerne mal sehen. Und es gibt sogar Geld. war ja da kann ich david louis verstehen also sie muss das noch mal meine damen und herren roppen ja okay geht schon auf dem mann da ist die karte doch berechtigt in die mittel ist immer schlecht und war okay und dann kann man warum schade ja eigentlich bei gott das war das schlechter pass jetzt wieder konzentrieren schade schade ja Oh Mann, Robby. da hängt er da die dinge schocken haben wir gepflegt lol oh shit wieder 0 zu 0 oh shit wo weiter geht und eh den halt den Ball im Spiel schön oh oh was verraten ne was ja fangt der da aus das muss ich schon mal gönnen alter Schwede was ein strahl alter Vater oh 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 Boah. Nee. Er weiß ja, geht der Ball nicht mehr raus, oder? Oder was hier? Oh, die haben sich gegenseitig um. Alter. Man gewinnt lahm das Kopfholt, ey. Darf gar nicht sein. Jawohl, jetzt. Oh, das ist ein langes. Hilfe, meine Nerven. Kann ich vielleicht noch mal hinten. Kann ich irgendwie noch Impulse setzen? Irgendwie. Zum ist das ja nicht wirklich. Komm, das mache ich jetzt. Das ist ja nicht. Das war wirklich sehr, sehr temperamentvoll, da muss man mal aufpassen. Da legst du auf die Schnauze. Wenn du mir da so eine Flanke warst du, meine Güte, ey. Klasse gehalten. Na wirklich. It's like a neuer. Junge, Junge, Junge. Was packt ihr da aus hier? Packt da wieder einen aus. Guck mal, der Torwart rumtouren. Geh in deinen Kasten, Mann. Oh, Mann. Krap. Wenn der gesetzt hätte ich irgendeine Glauben haben. Oh, je. Dann wäre das Video wieder gesperrt gewesen. Ne, gut. Mit so hoher Geräuschpegel, ey. Tschüüüue Was hast du denn dann aus dann? Beim dritten mal wo das gelungen ist bei dir oder was? Ja aber damit rumhände wartet es ja Wo gehen die Flanke hin bitte? Meine fresse Lad läuft Net so wirklich geh Naja wenn es läuft aber bergab ne Flanken sind jetzt auch das gelbe vom Ei hier Ey, was ist denn jetzt hier mal, man? Oh, da ist er! Da ist er! Nee, komm! Da ist er! Oh mein Gott, man. Nee, 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 alter. Gibt's doch gar nicht, man. Ich hab's geahnt, ey. Oh Gott. Ja, scheiße, ich hab... Ich hab mich da auch schon auf 0-0 eingestellt. Wirklich im letzten Angriff. Hm, scheiße. Sehr gut. Weil 0-0 wäre echt so. Weil 0-0 so von beiden Seiten wieder her von den Chancen, gell? Hätten wir eigentlich keinen Sieger verdient gehabt, wenn man die Spielanteile sieht. Das war jetzt wirklich noch ein Lucky Punch am Ende. Ja, Mann, ich bitte. Ja, klar. Oh Gott. Aber... Ja, nehm ich gern so mit. Aber, ja, eine Punkteteilung wäre vielleicht fair gewesen. Muss ich an der Stelle ganz ehrlich so sagen. Ja. Ja, ja, gut. Gut, dann geht's jetzt an der Stelle dann mit Heimrecht für Flo weiter. Da kann er auf jeden Fall wieder neu angreifen. Bisschen gespannt, wie es weitergeht. Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Bo, ciao. Ho. 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 Ho.